So, dann vorbereite dich, stell dich gerade, Füße tief in der Erde wachsen, atme ein, mit Ausatmen, beug dich nach vorne, lauf die Hände nach vorne auf der Matte in der Plank Pause. Mit dem Nächsten einatmen, lauf wieder zurück zu deinen Füßen und richte deinen Oberkörper auf, dabei einatmen, mit Ausatmen wieder beug dich nach vorne, lauf auf der Matte nach vorne in Plank Pause in der Planke. Lauf wieder die Hände zu Füßen zurück und richte dich mit geradem Rücken auf. Ausatmen, Plank Pause, Bauchdecke anziehen, Schulter zurück, Fersen nach hinten pressen und dann beginne im Wechsel. Mal rechte, mal rechte, linke Knie nach vorne Richtung Schulter oder Knie zur Brust ziehen, immer dabei ausatmen, einatmen. Atme aus, atme ein, aus, ein, aus, ein, atme aus, atme ein. Achte darauf, dass die Arme nicht durchgestreckt sind in die Ellbogen. Genau. Halte noch, dann halten, mit Nächsten ausatmen, tief, einatmen, Cobra oder der aufwärtsschauende Hund, ausatmen, abwärtsschauende Hund. Steißbein nach oben richten und dann dreh dich aus der Plank in Side-Stütze und mit deinem rechten Arm große Kreise. Drück dabei die rechte Hüfte nach oben. Spannung halten, dabei gleichmäßig weiteratmen und die Hüfte heben und senken. Das ist eine super Übung für deine schräge Bauchmuskeln. Und Chaturanga aus, einatmen, aufwärtsschauende Hund. Ausatmen, abwärtsschauende Hund. Steißbein nach oben richten, der Brust zieht Richtung Beine. Die Hände sind aktiv. Und dann dreh dich in Side-Stütze, andere Seite, linke Seite. Der linke Arm streckt sich nach oben, die linke Hüfte auch nach oben und der linke Arm kreist. Große Zirkel, ein- und ausatmen, einatmen, öfter linke Pflanke, ausatmen. Genau. Dann Spannung. Und die Hand wieder aufstellen auf der Matte. Belasten beide Hände gleichmäßig. Chaturanga Dandasana. Einatmen, aufwärtsschauende Hund. Ausatmen, abwärtsschauende Hund. Hände aktiv, die Fingerkuppen und die Fingerballe belasten, die Handwürzel. Mindigst einatmen, Down Dog Split. Rechte Bein streckt sich nach oben. Mit Ausatmen, rechte Knie zur Brust. Einatmen, wieder streckt das Bein nach oben, Richtung Decke. Ausatmen, Knie zur Brust. Einatmen nach oben. Ausatmen. Einatmen nach oben. Ausatmen nach vorne. Einstreck. Und Aus nach vorne. Mach das, du kannst auch in deinem Tempo machen. Das bedeutet, du kannst etwas langsamer. Bring den rechten Fuss nach vorne. In La Blanche. Stell beide Füsse auf der Matte. Einatmen, Arme über Kopf. Ausatmen, tief. Einatmen, hoch. Aus tief. Ein hoch. Linke Knie zur Matte tief. Und wieder hochheben. Und aus. Ein und aus. Atme ein. Atme aus. Atme ein. Atme aus. Spannung halten. Und das linke Bein durchstrecken. Press die linke Ferser zurück. Und rechte Schienbein verlängern nach vorne. Öffne deinen Brustkorb. Lass dein Herz strahlen. Große Armkreis. Einatmen. Öffne. Ausatmen. Nochmal. Einatmen. Öffne. Und ausatmen. Atme ein. Und atme aus. Nochmal tief ein. Und aus. Und aus. Und aus. Bring die Hände zu der rechten Fuß auf der Matte unter deiner Schultern. Linke Fußwurzeln. Und der Oberkörper und der Kopf zu rechten Bein. Bein streckt sich und Bein beugt sich. Atme ein. Und atme aus. Atme ein. Und atme aus. Spür die Dehnung in deine linke Hüfte. Hüftbeuge. Und ein rechter Beinrückseite. Halte. Dehne. Verlänge linke Hüfte etwas mehr nach vorne. Rechte Hüfte ein bisschen mehr zurück. Die Arme nach vorne gestreckt. Der Kopf, wenn möglich, ruhe die Stirn auf Bein. Auf dem rechten Bein. Bring das rechte Bein zurück. Und der dreienbeinige Plank. Und tapp und tapp mit Bein. Mal zur rechten Seite. Und über das linke Bein zur linken Seite. Und wie du siehst, der Blick folgt. Das Beinbewegung. Die Bauchdecke zieht nach innen. Und Rizeps Liegestütz. Einatmen. Aufwärts schauernder Hund. Ausatmen. Abwärts schauernder Hund. Das linke Bein streckt sich nach oben Richtung Decke. Atme tief ein. Mit Ausatmen abstellen. Rechter Fuss ein. Und aus. Plank. Und dann beginn mit linkem Fuß. Knie anziehen zur Brust. Pam. Und nach oben strecken in dreibeiniger Hund. Und ausatmen. Einatmen strecken. Atme aus. Atme ein. Streck weit nach oben. Ausatmen. Knie zur Brust. Einatmen nach oben. Versuch deine Oberschränke wirklich zum Bauch anziehen. Und ein wieder strecken. Und jetzt bringe das Knie zur Brust nach vorne. Stoll den linken Fuß vorne auf. Zwischen deine Hände. Rechte Ferse nach hinten drücken. Und Lange. Pause. Arme über Kopf. Verschränke alle Finger außer Zeige in den Finger. Das vorne linke Bein streckt sich. Und rechte Knie Richtung Boden richten. Und der Knie senkt sich und wieder streckt sich. Tief hoch. Einatmen. Ausatmen. Halten. Dein Atem fließt aber weiter. Du hältst nicht deinen Atem auf. Und kleine Federbewegung. Dann streck das rechte Bein. Versuch die Ferse nach hinten pressen. Öffne dein Herz. Lass dein Herz nach vorne strahlen. Und große Kreise mit deinen Armen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Öffne. Ausatmen. Nach vorne. Atme ein. Und atme aus. Atme ein. Und atme aus. Beide Hände zu linke Fuß auf der Matte unter deiner Schulter. Und das vornere Bein strecken. Versuche die rechte Hüfte ein bisschen nach vorne zu ziehen. Bein beugen und strecken. Nochmal beugen vornere Bein. Dient deine rechte Hüfte beuge. Und die linke Oberschränke Rückseite. Oder Beinrückseite. Atme ein. Und atme aus. Spüre wo dient. Die rechte Hüfte. Versuche etwas nach vorne zu richten. Rechte Hüfte verlängert nach vorne. Linke Hüfte verlängert nach hinten. Die Arme sind weit nach vorne gestreckt. Und du spürst sanfte Dehnung in deinen Rücken. In deinen Schultern. Dann das linke Bein beugen. Präsente rechte Ferse zurück. Streck die Arme nochmal über Kopf in Lunge Pose. Atme ein. Mit Ausatmen senk die Arme über die Seite tief. Stell die Hände auf der Matte. Atme ein nochmal strecken. Hüfte öffnen. Und mit Ausatmen bring das linke Bein zurück in dreibeinige Lunge. Und das Bein tippt nach links und über der rechte Bein nach rechts. Nach links und nach rechts. Nach links. Nach rechts. Achte darauf, dass du im ganzen Körper stabil stehst. Mit Ausatmen. Chaturanga Dandasana. Einatmen. Aufwärtsschauender Hund. Ausatmen. Abwärtsschauender Hund. Adha Mukha Svanasana. Die Ferse tief. Zum Mathe pressen. Der Brust zieht leicht Richtung Beine. Eine schöne Welle in Plank. Atme aus. Ein, aus. Ein, aus. In Wechsel. Ausatmen. Einatmen. Aus. Ein Knie zur Brust ziehen. Es ist sehr intensiv. Versuch trotzdem noch dabei zu bleiben. Halte. Ausatmen. Chaturanga Dandasana. Einatmen. Aufwärtsschauender Hund. Ausatmen. Abwärtsschauender Hund. Dein Atem fließt weiter. Nicht vergessen zu atmen. Dann kommst du linke Knie auf der Matte und machst du Pilates Liegestütze. Dein Bein hoch. Die Ellbogen sind dabei bei Körper, bei dem Körper. Also fest am Körper. Aus. 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 Genau. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Noch weiter. Und dann bewegt das Bein hoch und tief. Diese Übung kennt jeder aus dem Bauch, Beine, Po Stunde. Es ist auch ein Mix zwischen Body Workout und Yoga. Spannung halten. Rechte Hüfte Richtung Boden gedreht. Streckt der linke Arm und das rechte Bein, also sogenannte diagonale Katze. Schön lang ziehen. Akkumuliere die Energie in deine Körpermitte. Ja, zentriere die Energie und die Kraft in deine Körpermitte, in den Bauch. Halte dich da stabil. Stell die Knie und Arm Hand. Atme ein. Und ausatmen. Hände zu den Rücken. Einatmen. Kamel Pose. Versuche dabei wirklich den Po anzuspannen und die Hüfte nach vorne pressen, so weit wie möglich. Mula Bandha. Richtest du dich auf. Mit nächstem Einatmen. Arme über Kopf. Zieh dich lang, lang, lang in der Länge. Und mit Ausatmen senk die Hände auf der Matte. Und streck dich in der Child Pose. Der Position des Kindes. Hier kannst du ein bisschen entspannen, erholen. Ein paar tiefe Atemzüge holen. Und dann komm wieder in den Vierfüßlerstand. Drück dich nach oben in den herabschauenden Hund. Adha Mukha Svanasana. Welle in der Plank Pose. Chaturanga Dandasana. Aufwärtschauender Hund. Udva Mukha Svanasana. Abwärtschauender Hund. Adha Mukha Svanasana. Und dein Brust zieht wieder Richtung Beine. Deine Hände aktiv. Stell rechte Knie auf der Matte. Streck das linke Bein weit nach hinten. Und Pilates Liegestützer. Dabei bleiben die Ellbogen am Körper. Beug und streck. Beug und streck. Ein und aus. Atme ein. Atme aus. Und das Bein bewegt sich. Hoch und tief. Diese Bewegung ist eher so dynamischere Charakter. Also keine langsame Bewegung, wie du sonst von Yoga kennst. Dann Diagonale Katze. Rechter Arm verlängert nach vorne. Und das linke Bein nach hinten. Du ziehst dich lang in der Diagonale. Vergessen nicht zu atmen. Dein Atem fließt. Einatmen. Arme über den Kopf nach oben strecken. Mit Ausatmen. Hände wieder zu den unteren Rücken. Da ablegen. Po anspannen. Und das Becken weit nach vorne pressen. Dabei folgt eine Rückwärtsbeuge. Eine sehr intensive Rückwärtsbeuge. Die Kamelstellung. Dann die Hände wieder zu deinem Rücken. Arme über den Kopf. Und mit Ausatmen. Hände weit nach vorne auf der Matte. Arme gestreckt. Die Stirn auf der Matte ablegen. Child Position. Abwärtsschauende Hund. Atme aus. Wurzel deine Füße. Deine Hände auch. Spür den höchsten Punkt des Körpers. Das Steißbein. Eine Welle nach vorne. In der Plank Pose. Eine kraftvolle Position. Die Füße ein bisschen breiter aufstellen. Und dann tatscht. Rechte Hand, linke Schulter. Linke Hand, rechte Schulter. Was wichtig bei dieser Übung ist, dass du wirklich stabil in der Körpermitte bleibst. Dass der Körper nicht zu arg sich verdreht bei Tatschen. Ja, du versuchst immer mit beiden Hüften einfach parallel zu der Matte zu bleiben. Stell die Knie auf der Matte tief. Streck die wieder hoch. Und dann laufst du die Füße. So als würdest du in vier Füße kommen wollen. Aber die Knie nicht aufstellen, sondern wieder zurücklaufen. Aus der Plank. Nach vorne. Und wieder zurück. Und schön wechseln. Chaturanga Dandasana Aufwärtsschauernder Hund Einatmen. Abwärtsschauernder Hund Ausatmen. Dann lauf die Füße zu deinen Händen nach vorne. Am Anfang deine Mette. Und das Bein beugen und strecken. Dabei lass dein Oberkörper tief zu deinen Beinen sinken. Dein Nacken entspann. Dein Kopf darf jetzt entspannen. Dein Gesicht. Dein Kiefermuskel. Der stärkste Muskel. Und dann beugt das linke Bein. Rechte Bein lass gestreckt. Und rotiere den Oberkörper nach rechts. Der rechte Arm streckt nach oben. Atme in der Stellung. Spüre intensive Dehnung. Rechte Beinrückseite. Das rechte Bein. Du steigst mit dem rechten Fuß nach vorne. Senkst du rechte Hand nach vorne. Und dann wechselst du das Bein. Du bringst das linke Bein nach vorne. Und gehst in umgekehrte Dreieck. Rechte vorne. Linke Fuß hinten. Dein Rücken gerade. Und du öffnest dein Oberkörper nach rechts. Rechte Arm senken. Belaste dein rechte Bein. Und dann kommst du in der Krieger Drei. Sogenannte Waagestellung. Hier sind mehrere Alternativen für deine Arme. Entweder steckst du die zurück. Oder auch nach vorne. Dann stellst du die Hände auf der Matte tief. Stellst du auch den linken Fuß auf der Matte. Mit Einatmen. Mit Armen über die Seite. Streckst du die Arme nach oben. Atme ein. Und mit Ausatmen kommst du in der tiefe Vorwärtsbeuge. Adha Uttanasana. Und dann beugst du das rechte Bein. Das linke Bein durchstrecken. Und die linke Körperseite rotiert nach links. Und die Dehnung in deinem linken Bein. In der Rückseite spüren. Dann steigst du mit dem rechten Fuß einen grossen Schritt zurück. Und kommst du direkt in umgekehrte Dreieckstellung. Schön tief atmen. Den Atem vertiefen. Der Arm senken. Das linke Bein. Vornere Bein belasten. Das rechte Bein streckt sich zurück. Und dann hebst du langsam den Oberkörper hoch. Krieger 3. Wieder Hüfte parallel zum Boden. Hände aufstellen. Der Rücken bleibt gerade hier. So wie halbe Vorwärtsbeuge. Aber das Bein, das rechte Bein ist immer noch oben. Und der Rücken gerade. Die Schultern zurück. Und du hältst noch Spannung. Dann senkst du schon. Rechte Bein, rechter Fuß aufstellen. Tiefe Vorwärtsbeuge. Uttanasana. Ausatmen. Einatmen mit geradem Rücken in der Tadasana. Und ausatmen. Nochmal einatmen. Mit ausatmen. Bring die Hände zu deinem Herz. Beug dich tief. Einatmen. Mit ausatmen. Steige mit rechten Fuß zurück. Mit linken Fuß zurück in Plank. Chaturanga Dandasana. Ausatmen. Einatmen. Aufwärtsschauender Hund. Und ausatmen. Abwärtsschauender Hund. Atem fließt. Du vertiefst sogar den Atem. Dann komm in Schaltposition. Die Stirn auf der Matte ablegen. Jetzt darfst du schon auch die Unterarme, die Ellbogen auf der Matte legen, sodass die Schulter sind entspannen können. Atme durch die Nase ganz tief ein. Und durch den Mund aus. Mit jedem Ausatmen lass du deinen Brustkorb noch ein bisschen mehr tiefer sinken. Mit einatmen. Richte den Oberkörper auf. Arme über Kopf strecken. Mit ausatmen. Namaste. Einatmen. Arme über Kopf nach oben. Ausatmen. Hände zu Herz. Halte kurz inner. Und bedanke dich. Bedanke deinen Körper für heutige Praxis. Und Namaste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.